relativ viele änderungen gibt es für die eule da hat blizzard geschrieben dass sie möchten oder generell für druiden dass sie möchten dass die eule ein bisschen weg kommen von den aktuellen builds dass man ein bisschen mehr auswahl bekommt dafür haben sie ein paar talente abgeschwächt andere gestärkt und gleichzeitig der schaden aller cast fähigkeiten wurde um fünf prozent erhöht um das ein bisschen auszugleichen bin ich mal gespannt alles in allem könnte das einen leichten buff für die eulen ergeben es gibt insgesamt ein neues talent für druiden welches euren schaden und eure heilung um drei prozent während des tages erhöht und während der nacht eure vielseitigkeit um zwei prozent ist jetzt interessant zu sehen dieses talent könnte nicht schlecht sein hängt aber davon ab wann da der breakpoint ist also wann das umschwenkt ich mir vorstellen dass von zwölf bis zwölf nacht ist oder sowas von sechs bis sechs uhr das wäre möglich da habe ich jetzt aber noch keine uhrzeit gelesen oder das ganze herausgefunden was sehr sehr schade ist natures vigil das ist euer kleiner heal zauber den ihr machen könnt wo dann eure damage cars beispielsweise dann auch heilen dauert nur noch 15 statt 30 sekunden ist ein ziemlicher nerf für die fähigkeit muss man dann halt gucken inwiefern wie stark das dann am ende noch ist jetzt kommen wir zu den eulen änderungen also erstmal alle damage spells fünf prozent mehr schaden dann gibt es so ein paar sachen dass astral smolder also die fähigkeit wenn ihr krittet mit sternfeuer oder zorn dass dann dort drauf ist für acht sekunden da wurde die laufzeit auf sechs sekunden verringert von acht sekunden weil blizzard möchte dass stern eruption wieder ein bisschen konkurrenzfähiger ist bei weniger als drei tage zu in dem dreh letzten endes muss ich noch die sims abwarten was man da dann am ehesten spielt aber es wird sich denke ich ein bisschen was dran ändern krieger der elunen kriegt auch eine relativ interessante änderung aktuell ist es ja so dass es das ding dass euch drei frei zauber für sternfeuer gibt die abklingzeit der fähigkeit beginnt nicht oder erst dann wenn ihr alle drei aufladungen verbraucht habt das sorgt in der regel dafür dass man normalerweise die fähigkeit aktivieren wollte zwei fähigkeiten verbraucht um in eine sonnenfinsternis zu kommen per cancel aura makro hast du dann die fähigkeit gecancelt dass sie auf abklingzeit ging jetzt geht es oder passiert es dass sie sofort auf abklingzeit geht allerdings halten diese aufladung nur 25 sekunden kommt glaube ich am ende so ziemlich auf selber raus mit dem unterschied dass die abklingzeit dann noch ein zwei sekunden früher startet am ende umbral intensität gibt euch mehr schaden für zorn ein bisschen und für sternenfeuer und so weiter und so fort was interessant ist neumond halbmond und vollmond machen mehr schaden dafür wurde der schaden von zorn der elun ein bisschen verringert weil auch hier blizzard möchte dass ihr ein bisschen mehr auswalt bei euren bilds habt bin ich noch nicht so sicher was man letzten endes spielt ich persönlich hoffe dass zorn der elun trotzdem stärker ist weil sich der spell einfach besser einsetzen lässt und vielseitiger ist und dann das ist eine änderung die auf alle klassen zutrifft auf alle hybrid klassen dass euer mana erhöht wird das erzähle ich jetzt auch nur beim druiden also evoker retripalas schamanen und so weiter sind da alle von betroffen ihr habt jetzt mehr mana dafür kosten eure spells weniger prozentual also weniger base mana damit will blizzard dass ihr mehrere heilzauber am stück wirken könnt im vergleich zu vorher also dass es falls mal brenzlig wird ihr als hybrid wirklich für zehn sekunden mal mitteilen könnt allerdings ist eure regeneration von mana deutlich deutlich langsamer so dass ihr dann erstmal eine zeit lang nichts mehr heilen könnt mal gucken wie sich das letzten endes spielt und so geht es dann letzten endes auch beim ferrell weiter ähm der kriegt auch zwei oder ein neues talent ähm eine restrukturierung eines talents dasselbe gilt für wächter druiden hier auch alle fähigkeiten machen nochmal sechs prozent mehr schaden also tanks dürfen sich ein bisschen über mehr damage freuen zumindest einige davon und der rest der druide ebenfalls alle fähigkeiten 25 prozent mehr schaden auch das heiler durch die bank weg kriegen leichte damage buffs ich glaube mindestens zehn prozent so ist es beim schamanen beim druiden sind es jetzt 25 prozent also als heiler könnt ihr zukünftig in mythisch plus dungeons noch mehr schaden machen nunja wenn wir uns jetzt hier den evoker angucken da gibt es tatsächlich einige umstrukturierung beziehungsweise einige geänderte talente da möchte ich aber auch jetzt ungern sagen das macht die klasse besser oder schlechter weil ich noch keine finalen sims gesehen habe also stellt euch darauf ein dass im grundsätzlichen evoker ähm baum mehr änderungen auf euch warten dann der devastation evoker also der damage spec die mastery wurde herabgeschwächt also ihr skaliert nicht mehr ganz so gut dafür hier wurde gesagt auf level 70 haben 180 mastery 2 prozent entsprochen oder entsprechen sie jetzt vorher waren es 2,5 prozent also ihr werdet etwas weniger prozente meisterschaft haben dafür die fähigkeiten machen alle 6,5 prozent mehr schaden und auch beim heal evoker gibt es ein bisschen mehr heilung 2 prozent und eure damage abilities wurden ein bisschen angepasst ähm meistens oder zum beispiel hier wie die flamme und so weiter macht ein bisschen weniger schaden also da mal hier wurde was gegeben da was genommen gibt sich ungefähr so die klinke in die hand beim hunter passiert nix der magier wurde sehr 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 stark redesigned also ihr seht das hier das sind nur die änderungen für den neuen magier baum ähm neue talente 3 stück 15 prozent mehr schaden durch fähigkeiten und so weiter und so fort der arcan mage kriegt richtig richtig viele änderungen ein neues talent feuer magier bekommt satte 6 neue talente also da wird sich richtig was tun plus der fähigkeiten schaden aller fähigkeiten so ziemlich um 5 bis 15 prozent gebufft also feuer mage dürfte eine ecke stärker werden aber ihr seht das hier alles was ich jetzt markiere ist nur der feuer magier ähm da könnt ihr euch auf einige änderungen einstellen und da werdet ihr höchstwahrscheinlich erstmal neuen talent baum brauchen wenn ihr euch am mittwoch einloggt frost magier geht in die ähnliche richtung auch da drei neue talente viele fähigkeiten bekommen etwas mehr schaden also auch der elementar zum beispiel die frozen orb bekommt ein bisschen mehr radius ein bisschen mehr schaden dafür macht der frost bolt der frost blitz etwas weniger schaden alles in allem würde ich aber trotzdem sagen sieht es so aus als würden alle magier specks etwas mehr schaden fahren also da dürft ihr euch schon mal drauf freuen mönche bekommen in ihrem regulären baum ebenfalls zwei neue talente der braumeister 7 prozent mehr schaden über alle fähigkeiten dann nochmal paar fähigkeiten mit ein bisschen extra schaden also auch da werdet ihr deutlich mehr schaden machen können ähm der nebelwirker macht ebenfalls ebenfalls einen richtigen rework hat der holy paladin bekommen und das ist noch krasser als beim magier also ich markiere euch das hier nochmal holy shit da wurde im wahrsten sinne des wortes holy shit da wurde kein stein auf dem anderen so ziemlich stehen gelassen über 10 neue talente also da müsst ihr euch richtig einfuchsen ähm die heilung insgesamt wurde ein bisschen reduziert ich gehe aber davon aus dass sich das über den neuen talent baum dann wahrscheinlich ein bisschen abfedert ähm beziehungsweise die heilung insgesamt wurde reduziert aber dafür wurden einzelne spells wieder gebufft und so weiter und so fort ich gehe nicht davon aus dass ihr da jetzt so krass verlieren werdet aber auch da kostet es natürlich wieder einiges an einfuchs arbeit prot parlor 4 prozent mehr schaden für alle fähigkeiten retri parlor kriegt ebenfalls nochmal einen 2 prozentigen buff auf alle fähigkeiten wieso verstehe ich tatsächlich nicht ganz der speck hatte ja eigentlich erst seinen rework und scheint für mich relativ fein zu sein beim priester gibt es ebenfalls zwei neue talente für den priest tree als solches diszi kriegt ein neues talent 10 prozent mehr schaden der holy kriegt neues talent 10 prozent mehr schaden und beim shadow da haben wir halt hauptsächlich diese mana und heiländerungen und so weiter und so fort ähm also das was wir bei den anderen hybriden auch hatten gesetzlosigkeitsschurke kriegt ein damage buff genauso wie der täuschungsschurke beim schamanen hat sich ein bisschen was getan an ein paar talenten dazu der ele schamane hat auch diese ganzen heileränderungen genauso wie der enhanzer schamane da wurden aber teilweise noch ein paar fähigkeiten gebufft also als verstärker dürft ihr euch auch über ein bisschen mehr damage freuen genauso reste schami heilung um drei prozent erhöht sowie alle fähigkeiten machen zehn prozent mehr schaden dann haben wir noch den warlock da ist eigentlich mit am wichtigsten dass zukünftig alle völker warlock spielen können und ihr diese neuen glyphen für eure pets bekommt und diese pet customization ähm gebrechen hexer bisschen rework mini buff würde ich mal sagen für den demo hexer gibt es ebenfalls buffs sogar ja durchaus ein paar mehr und beim desto passiert letzten endes gar nicht mal so viel und zu guter letzt haben wir noch den prod parlor alle äh prod warrior alle fähigkeiten sechs prozent mehr schaden also ihr seht's wir haben sehr sehr viele klassen dabei ähm da tut sich eigentlich fast überall was den hunter hatten wir jetzt nicht dabei ähm und ansonsten fällt mir sonst noch was ein was wir nicht hatten ich glaube sonst waren eigentlich so ziemlich alle klassen da drin zu sehen für die einen ändert sich ein bisschen mehr für die anderen ein bisschen weniger also es ist für jeden was dabei definitiv könnt ihr gerne mal in die kommentare schreiben auf welche änderungen ihr euch freut oder spielt ihr eine von diesen klassen die ein richtiges rework bekommen und sagt joach eigentlich war das gar nicht nötig lasst es uns wissen in den kommentaren und damit noch ein schönes wochenende bis zum nächsten video und reingehauen bis zum nächsten video bis zum nächsten bis zum nächsten bin Untertitelung des ZDF, 2020